Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Oder wie wir an diesem Tisch hier sagen, Bonjour. Das letzte Unboxing des Jahres und schön der dicke Niffler am Start. Natürlich wie immer gesponsert von den lieben Freunden von GetDigital. Vielen lieben Dank an der Stelle. Link in der Beschreibung könnt ihr super gern mal auschecken, solltet ihr auch so einen großen neuen Freund suchen. Also der Bruder ist wirklich riesig und mit einem sehr sehr schönen Detail, denn er hat sogar so eine Münze noch in der Hand. Da wurde wieder reichlich stibitzt. Er hat mich gerade beim Öffnen der Box direkt angelächelt. Und das ist ja absolut fantastisch. Ich bin jetzt nicht unbedingt in meiner großen Plüschtierphase. Meine Freundin dafür umso mehr, aber so einer hier. Schön, dass wir mal den Tisch sauber sniffen, Junge. Das finde ich ja großartig. Wenn du irgendwo in eine Wohnung reinkommst und das ist, was dich erwartet, dann weißt du direkt, du bist zu Hause, oder? Großer Fan an der Stelle. Von den Shirt-Notiven bin ich auch immer großer Fan. Das ist dieses Mal zum Glück nicht anders. Thema ist Weihnachten. Wir haben einen Oldschool-Mario-Baum ganz oben mit dem klassischen Stern. Der Baum an sich besteht aus den geliebten Rohren, in die man sich eigentlich reinbegeben kann. Oder aus denen diese Pflänzchen rauskommen. Da unten sehen wir es zum Beispiel. Auch die sind geschmückt. Der Körper erinnert an so eine Zuckerstange. Ansonsten die pilzigen Freunde, die explodierenden Freunde. Unten die Geschenke. Das ganze Ding noch geschmückt mit Kugeln und Socken. Fantastisch. Herrliche Idee. Sehr cooles Design. Und wieder mal Freund von solchen Umsetzungen. Geil. Erinnert mich ja immer an die gute alte Zeit, wo meine Oma so einen Dauercamp-Platz an einem See hatte. Und das erste, was mein Onkel gemacht hat, war das schön altes SNES zu installieren. Und da haben wir dann auch immer Mario, Mega Man und so gezockt. Meine Oma selber, Dr. Mario, Junge. Ganz alte Schule. Herrlich. Und wir haben noch was von Star Wars. Und zwar, es ist ein Scrabble. Bruder, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich Scrabble gespielt. Und wenn dann unbewusst. Dann war ich vielleicht besoffen dabei oder so. Man kennt so diese Memes, wenn jemand einen sehr wilden Namen hat, von wegen nah, bei Scrabble verloren. Aber das hier, und natürlich gibt es das. Ich hätte es wissen müssen. Das hier ist einfach eine nerdige Scrabble-Version. Fantastisch. Möge die Macht mit euch sein. Als einer der Begriffe. Als Figuren haben wir auch klassische Raumschiffe dabei. Oder Spielbrett. Sogar Wookiee noch als nächstes Beispiel. Ey, das sind genau meine Games. Ich glaube, wenn ich auf einer kleineren Feier bin und die Stimmung fängt gerade an, so ein bisschen zu kippen. Die ersten sind müde. Die ersten müssen los und so. Man weiß nicht so richtig, wie wird es weitergehen. Und dann zieht der Gastgeber so ein Scrabble raus. Bruder. Da machen wir die Nacht aber zum Tag. Ich liebe es einfach komplett, wenn Videospiele oder sonstige Universen, Franchises, whatever, auch außerhalb ihres gewohnten Bereiches so ein bisschen wildern. Und das hier ist ja wohl ein absolutes Top-Beispiel dafür. Vor allem kann man das auch super Leuten schenken, bei denen so eine Situation sonst nicht zustande kommen würde. Wo man dann sitzt mit der fünften Mische und so was sagt wie, ja, ne, das Leben, ey. Und das Wetter. Und es wird doch schon wieder früher dunkel. Na, dann schenkt man dem so ein Spiel und nächstes Mal kann man sagen, ey, du hast doch hier. Geil. Jo, neulich haben wir in einem Video noch drüber gesprochen, dass ich, glaube ich, solche Zuckerstangen immer nur aus USA-Weihnachtshilmen kenne. Da hängen die überall am Kamin, an den Ohren der Leute, am Baum, ja. Und jetzt habe ich auch mal eine hier. So eine Original-Zuckerstange. Die werde ich mir gut aufheben, konservieren. Und immer wenn ich dann nicht mehr daran glaube, dass sie wirklich existieren, dann lecke ich einmal dran. Das ist der wahre Zauber der Weihnacht, Freunde. Sehr geil. Und wo wir von kreativen Ideen und deren Umsetzungen sprechen, das ist ein Flaschenöffner. Und zwar hier unten, so ein bisschen angebissen eben vom Hai. Also das ist ja absolut Peak-Design, Junge. Da unten kannst du schön ansetzen, zack, machst die Flasche auf. Leider fehlt noch so eine Anhängerfunktion, dass man sich das auch irgendwie an Schlüsselbund oder ans Handy ballern kann. Klimpert dann natürlich mega rum. Aber wenn ich früher mit den Jungs ein Trinken gegangen bin, dann musst du ja auf jeden Fall sicherstellen, dass alles irgendwie zusammenhängt, alles gesichert ist, der Schlüsselbund am Schlüsselband dann noch mit der Hose verknotet oder wie auch immer. Und das Ding, wenn du das bei einer wilden Nacht so in der Tasche hast, das siehst du nie wieder, würde ich sagen. Darum. Vielleicht lieber was für die heimische Schublade. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Idee ist einfach so geil. Schön das angeknabberte Surfbrett, Bruder. Damit macht man auf jeden Fall einen Reißer. Wir haben noch ein Poster, Freunde. Und ich erkenne schon leicht die Weihnachtlichkeit. Ich meine, ich erkenne auch wieder so einen leichten Oldschool-Gedanken. Wie hieß das? Space Invaders? Das war ein bisschen vor meiner Zeit, aber das ist einfach ganz normal zum Ausrollen. War auch ein schönes Gummibun mit dran, Freunde. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und das ist schon der ganze Gag, wie es aussieht. Das Poster geht einfach endlos weiter, Junge. Die unendliche Geschichte. Jetzt als Poster. Junge, es ist wirklich endlos lang. Holy shit. Wenn deine Tür zerbricht, dann kannst du das einfach da hinhängen. Kein Problem. Wow. Gut. Wir haben ein ziemlich langes Poster. Und tatsächlich hat sich der Gag schon direkt am Anfang ergeben. Denn es sind diese angreifenden Alienviecher gemischt mit Weihnachtssymbolen. Ich sehe einen Weihnachtsmann. Ich sehe einen Weihnachtsbaum. Ich hoffe, das ist kein offizielles Suchspiel. Ansonsten werde ich sehr, sehr schnell sehr schlecht abschneiden. Aber das ist natürlich auch eine geile Idee. Finde ich super witzig. Weil, das ist wieder so, hängst du dir in deinen nerdigen Keller oder von mir aus an die Küchenwand. Ist mir egal, wo du es hinhängst. Aber stell dir vor, dann kommt Besuch und guckt sich das an. Und dann kommt meine Lieblingsphase. Nämlich, er erkennt im Idealfall dieses zugrunde liegende Nerdige. Und dann kommt aber binnen Sekunden gleich der nächste Schritt hinterher. Denn dann fällt ihm auf, warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Und dann, boom, diese Connection. Ja, schön Weihnachten mit dem Nerdfaktor. Und das alles binnen Sekunden. Es sei denn natürlich, er erkennt gar nichts davon. Dann kennt er weder Space Invader noch Weihnachten. Ist vielleicht auch ein bisschen wild. Keine Ahnung, wen du da eingeladen hast, Mann. Aber das sind so diese Kombis, ne? Wo es dann einfach Klick macht und das macht es für mich einfach doppelt geil. Ehre. Außerdem gibt es noch was von Marvel. Und Freunde, was habt ihr geglaubt, dass es ist? Ich dachte, es ist ein Magnet oder so. Oder irgendwie eine Schachtel für, keine Ahnung, Esspapier. Früher gab es so kleine Schachteln. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Das waren so eigentlich Kaugummis. Die waren dann aber so wie dünne Papierstreifen. Die hast du dann nicht gekaut, die hast du dir auf die Zunge gelegt. Kennt das noch irgendwer außer mir? Und dann war das auch ganz schnell wieder weg. Und eigentlich war das auch total weird. Aber da hast du dann auch so zum Aufklappen, zack, auf die Zunge legen. Dann hast du schön Erdbeergeschmack oder es wurde scharf. Und das war dann der Lifestyle. Das hier auf jeden Fall ist ein Radiergummi, Junge. Es ist ein Eraser mit Thor drauf. Geil. Den hätte ich so schön, wie er ist, nicht mit in die Schule nehmen dürfen zu meiner Zeit. Der wäre sonst nämlich klassischerweise immer wieder mit dem Bleistift durchbohrt worden. Weiß nicht warum, vermutlich auch eine Bleistift-Zwangsstörung oder so. Aber dieses Design von Thor mit diesem Helm erinnert mich eher an irgendwelche WoW-Helme aus Votica als an die Avengers. Aber hey, mein eigener Thor-Radierer. Da wird einiges ausradiert. Aber hallo. Wäre schon geil, wenn du den Radierer dann nimmst, loslegst und mit jedem Zug hinher, quietsch-schwietsch, da kommt dann einfach irgendein Marvel-Theme, Junge. Kommt ein bisschen Avengers-Mucke beim Ausradieren. Let's go. Wir haben wieder einen Nerd-Kalender. Oh, den fand ich ganz wunderbar. Mit allen Ereignissen, Geburtstagen und Feiertagen für echte Nerds. Hier unten das erste YouTube-Video. Ich im Zoo oder wie es hieß. Wow. Ich glaube, da wurde vor kurzem sogar irgendwas dran verändert. Das wäre auch halbe Internet-Historie. Gibt es Leute, die gucken jeden Tag dieses Video an und schauen, ob sich was dran ändert. Wilde Zeiten. Wir gucken mal ein bisschen rein. Pikachu sehe ich auch schon. Und was ist das für ein wildes Layout, Bruder? Wow. Wenn das mal nicht eine funky Kalender-Umsetzung ist, dann weiß ich aber auch nicht. Wir haben Tode und Geburtstage von ikonischen Figuren, aber auch Wissenschaftlern beispielsweise. Wir haben die Erstausstrahlung vom A-Team mit dabei. 1983. Perfekt. Von Stephen Hawking haben wir den Geburtstag 1942. Wir haben das Online-Gen von gewissen Programmen, Satelliten und alles mögliche dabei. Finde ich gut. Das sind so die nerdigen Fakten, die kann man auch einfach mal mitnehmen. Nicht, dass ich mir das alles merken würde, aber hey, morgens direkt mit dem Blick auf den Kalender mit so einem nerdigen Fakten in den Tag starten ist besser, als sich ins eigene Müsli zu kacken, oder? Würde ich aber auch so sehen. Beginn des chinesischen Jahres des Holzdrachen und erster Auftritt von Deadpool. Zwei sehr wichtige internationale Ereignisse. Am 10. zweiten, da müsste es dann ja auch wieder ein passendes WoW-Mount zu geben, oder? Da waren doch auch welche immer mit den chinesischen Jahren und da setzte sich ja zusammen, dieses Zeichen dazu, dann aus einem Element und einem Tier. Darum hatten wir sowas wie ein Wasserhasen oder Wassertigermount und so weiter. Spannend. Und so ein schönes Oldschool-Map-Design dazu, Leute. Fantastisch. Wir haben den Geburtstag von Albert Einstein im März und wir haben die Erstausstrahlung von Sailor Moon. Das hängt bestimmt zusammen. Hatten wir neulich auch so eine Erstausstrahlung von Sailor Moon bei uns im WoW-T-Mock-Contest und ich mag das sehr, sehr gern. Diese Aufmachung, dieses Umblättern mit so einer Art kindlichen Freude direkt, wie wird das nächste Design aussehen? Und darum hebe ich mir das jetzt auch auf. So nämlich. Okay, ja, erwischt, mein inneres Kind ist so neugierig, wie cool, als YouTube-Videos mit den Aufrufzahlen dazu, Geburtstag von Sean Bean und Erstausstrahlung von GOT 2011 Oh Gott, Geburtstag von Shepard Let's go 2007 Aufrufe Ehre? Unten Sean Bean hat nur acht Aufrufe. Da wissen alle, dass er in diesem Video sterben würde. Aber toll. Ich liebe es komplett. Diese kreativen Ergüsse, die in diesem Kalender zusammenlaufen, das ist so ein bisschen die Grundessenz von jeder Lootbox, die ich hier auspacke. Als unser letztes Item für heute haben wir einen Stormtrooper. Was soll das sein? Eine Überwachungskamera? Ein Feuerzeug? Ich weiß es nicht. Es ist Handdesinfektionsmittel. Oh, okay, und dann oben mit so einer Düse. Und dann sind da Trooper drauf. Wenn ich das drücke, wird mir doch ins Auge geschossen bestimmen, wenn ich auf meine Hand ziele, oder? Wie funktioniert das? So, aufklappen und dann einfach drücken. Ach, guck, das ist ja toll. Wow, direkt was drin. Junge, läuft. Okay, cool. Das ist genau die einfache Nutzbarkeit, die ich brauche und das ist sogar gesichert, damit du dir in der Hosentasche, wenn es gegen deine Oberschenkel schlagen sollte, bumm, bumm, nicht die ganze Zeit deine Hosentasche desinfizierst. Ja, geil. Und kannst du sogar wieder auffüllen, stand hinten drauf. Das werde ich jetzt aber nicht zeigen. Das sieht bestimmt so ähnlich aus, wie wenn man ein Flugzeug in der Luft auftanken möchte. Und das war's dann mit meinem YouTube-Kanal. Wir haben unser Heftchen zum Ende und schauen noch mal drüber. Der wunderbare Nerd-Kalender war dabei. Oben das weihnachtliche Mario-Shirt und den Star Wars Scrabble am Start. Fand ich auch sehr, sehr cool. Dann ist die Seite mächtiger als ich, doch nicht. Haben wir oben diesen Desinfizierer. Oh, und wir haben hier mehrere schicke Umsetzungen von diesen Öffner-Varianten. Was da noch dabei, von Transformers zum Beispiel. Das ist ja cool. Da gibt's eine ganze Reihe von. Da bin ich wirklich Fan, muss ich sagen. Das auf dem Tisch liegen haben, auch wenn die alten Freunde mal vorbeikommen. Wenn die denn auch alle Nerds sind und das feiern. Dann finde ich's aber richtig cool. Wir haben oben den herrlichen Radierer. Wir haben dieses Geschenkpapier. Oh, Geschenkpapier. Es ist gar kein Poster. Ich hätte mir das jetzt einfach hingehangen. Ja, mach ich vielleicht trotzdem. Keine Polizei in der Nähe. Es ist Geschenkpapier. Darum war es so unerwartet lang. Das ist ja auch geil. Dann haben wir unten so eine Zuckerstange natürlich mit den Nährwerten. Die sind bestimmt supergeil. Und wir haben den Niffler. Junge, wie er da sitzt in diesem Hort aus Gold. Er muss auf jeden Fall beschützt werden. Ich sag's wie es ist. Cool. Das war eine richtig schöne Box. Eine Box, die vor allem zum Jahresende gezeigt hat, was unser liebes Team von GetDigital ausmacht, wie ich finde. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal für die herrlichen Lootboxen, für die schöne Zeit, die wir hier gemeinsam genießen durften. Ja, und vielleicht ist auch für euch irgendwo was dabei. Herr der Ringe, Leute, schnell leer kaufen. Alle Links in der Videobeschreibung. Und jetzt, liebe Leute, heute wünsche ich euch einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr und freue mich natürlich, wenn wir uns in den nächsten Runden hier oder sonst wo gesund und munter wiederhören. Twitch, Twitter, alles in der Beschreibung. Macht es gut, haut rein und tschau's.